Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Farmerama Crew. Heute zu einem neuen Video hier, nämlich zum Event-Fazit von Mittagessen auf der Farm und dem anderen Event Schätzchen, Hülle und Fülle. Wir starten mit dem ersten Event, nämlich Mittagessen auf der Farm. Dort gab es keine Items, kein Wolkenreis, sondern nur Fabrik-Upgrades und ein Sticker. Was musste man denn machen? Man musste anpflanzen, nämlich die Zernradblume. Die dauert sieben Stunden, hat 400 dp gebracht. Außerdem gab es noch ein Drop-Item, nämlich die Schrauben, nämlich die Stahlschraube. Und mit der hat man dann das Müllprodukt, die Lunchbox, erstellen müssen. Und die hat man für das dann ja benötigt. Und ja, hier unten muss man immer abgeben, verschiedene Anzahl an Lunchboxen. Und ja, wir erledigen jetzt noch die letzte Aufgabe und dann haben wir dieses Event komplett erledigt. Das schaut dann wie folgt aus. Ja, das ist auf jeden Fall mega geil. Also hier gibt es schon mal einen Sticker und dann gibt es insgesamt acht Fabrik-Upgrades. Und die Fabrik-Upgrades heißen, ja, das zeige ich euch gleich mal, was das heute heißt. Ich bin auf jeden Fall mega stolz. Hier gab es noch einige EP, ein paar Bonisse noch und Superfood und Party-Tickets. Jetzt schauen wir uns aber erstmal den Event-Sticker an. Ja, das ist nämlich der Wunderschöne hier. Es wird keine Bewertung zu diesem Event geben, warum auch immer. Weil es einfach nichts gab zu bewerten, wirklich, außer den Event-Sticker. Und ja, jetzt gehen wir rein in den Inventar. Ja, geben ein Upgrades. Hier haben wir nochmal drei Stück. Zack, zack, zack. Tun wir nochmal neu laden. Update wird herausgeführt. Und ja, voila, es ist die verrückte Fabrik. Und was heißt es? Wir haben alle Fabrik-Upgrades, wo es zu holen gab. Also diese Fabrik ist jetzt endlich vollendet. Ich bin mega, mega stolz darüber. Ja, harte Arbeit war es auf jeden Fall. Einige Stunden hat das gedauert. Also das hat sich jetzt, glaube ich, fast ein Jahr hingezogen. Aber jetzt ist sie endlich komplett. Also ich habe jedes Upgrade, wo es bis jetzt zu holen gab, bei jedem Event geholt. Und jetzt habe ich es vollendet. Die verrückte Fabrik 1 bringt 25% mehr EP. Und dann noch so eine Box und 87.500 EP. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal die Neuigkeit von diesem Event. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich mal rein ins zweite Event. Nämlich, das ist nämlich Schätz in Hülle und Fülle. Das war ein Parma-Event. Es gab eine Eventpflanze namens Hawaii-Blüte. Und dann gab es hier auch ein Drop-Item, nämlich zwei Stück an der Zahl. Nämlich einmal der Foto-Hinweis und die Flaschenpost-Hinweis. Und die hat man dann in die Kartenskizze herstellen können. Die benötigt man auch für dieses Ventil. Hier ist der Eventplatz übrigens. Gehen wir gleich mal rein. Fangen wir an in Etage 1. Also man muss alles abklappern, glaube ich. Irgendwo hier ist man gestartet. Ja, und dann muss man sich versuchen, die Räume eben halt schrittweise abzuklappern. Und ja, hat man so verschiedene Schlüssel bekommen. Dort ist dann immer die Tür da aufgegangen, dass man sich die Eizems holen konnte. Ja, wir sehen hier auf jeden Fall, ist ja alles schon abgeklappert. Und ja, wir sehen hier auf jeden Fall, hat man ehrlich gesagt, viel zu viel Pflanzen, Tiere und so weiter benötigt. Hier zum Beispiel 3.800, 1.120. Das ist einfach viel zu übertrieben, meiner Meinung nach. Es gab zwar ganz okay die Preise der Nebenbelohnungen, aber trotzdem heftig, heftig, was man da an Gegenwert abgeben musste von Pflanzen. Ja, außerdem hat man natürlich auch hier mal Trop-Item abgegeben, dann die Event-Pflanze es gab. Ja, dann noch eine zweite Etage, dort hat man dann weiter abgegeben, ordentliche Mengen, Wahnsinn. Wir haben so viel ausgeben müssen von unserer Scheune, das ist Wahnsinn gewesen. Ja, und dann hat man hier das weitere Item bekommen und die Wolkenreihe. Und ja, jetzt fehlen mir noch insgesamt 6 Trop, um dieses Event komplett zu beenden, nämlich Modespaß. Jetzt fehlt mir noch das Item, da schauen wir uns auf jeden Fall das Item hier schon mal an. Das bringt dann noch einen Bonus von 24 Stunden, 2 Party-Tickets, das wir ihm ja auf jeden Fall noch sichern. Dort musste man dann den Bonusraum, musste man nämlich da hinten noch den Schlüssel holen, der war hier ganz hinten. Das fand ich dann auch sehr, sehr fies. Hier hat man noch ein Gazellen-Gehege bekommen, hier oben einen Babaobaum. Ja, es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel an Gegenwert von Event-Pflanzen. Das war nicht das große Problem. Und ja, das größte Problem war, man hat erstens ganz viele Tiere aus Barmer benötigt, ganz viele Tiere aus der Farm, ganz viele Pflanzen aus Farm und Barmer. Ja, das war auf jeden Fall die Herkules-Aufgabe. Ich hatte zwar bis auf zwei Sachen alles, aber trotzdem, das ist 3000, 2000 Pflanzen. Also, es ist einfach viel zu heftig gewesen. Jetzt schauen wir uns hier auf jeden Fall mal den Sticker an. Da gibt es auch einen, nämlich der hier. Gefällt mir nicht ganz so gut, aber es ist trotzdem ein Sticker. Ein Sticker finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, und hier kommen wir auf jeden Fall gleich mal zur Folgenreihe. Schätze in Hülle und Fülle, 20.000 Moospenny, 208.000 Tropen-EP, drei Werkzeugkisten und 5% erhöhte Tropen-Chance in Barmer. Finde ich auf jeden Fall ganz okay. 23 Stunden Abklingzeit und jetzt, das letzte Item gehört nicht dazu. Da kommt dann eigentlich das hin, das ich noch nicht habe. Ja, kommt einmal kühles Wasser, haben wir hier. Dann Erholung am Strand und dann Spiel rüber. Da finde ich auf jeden Fall drei sehr gelungene Items. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal auf den Eventplatz, nämlich in Fülle und Hülle. Ja, Eventaufbau gebe ich 7 Punkte, Eventdesign 10 Punkte, Eventsticker 7 Punkte, kühles Wasser 9 Punkte, Erholung am Strand 9 Punkte, Spiel rüber 7, Modespaß 7 Punkte, der Wolkenreihe 9 Punkte und der Nebenbelohnung ebenfalls 7 Punkten. Gesamtpunktzahl ist 72 Punkte, das ist eine tote 2. Ja, Spaß hat schon gemacht, aber ich fand es einfach viel zu viel übertrieben, was man da abgeben musste. Und zum anderen Event nochmal ein Wörtchen. Das finde ich auf jeden Fall auch mal eine coole Sache, was da beim anderen Event abgegangen ist. Jetzt hat man zwar auch sehr, sehr viel Pflanzen benötigt, aber wir haben es rechtzeitig geschafft. Wir haben jetzt um 17 Uhr, einen Tag vor das Event endet, auf jeden Fall sehr, sehr gut war es machbar. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal richtig stolz, dass sich die Fabrik endlich komplett abgeschlossen hat, mein Bruder ebenfalls. Ja, schreibt mal gerne mal eure Meinung zu diesen beiden Events gerne in die Kommentare. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, macht's gut und ciao.